Achso, ja, reden wir über die Linksliberalen, oder? Linksliberale sind mir echt sehr unangenehm aufgefallen, seit circa zwei, drei Monaten. Und mit jedem Tag, der vergangen ist, habe ich irgendwie mehr so, mehr, nicht, 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 ich will nicht sagen Verachtung, sondern einfach so ein Kopfschütteln, so ein, wie soll ich das sagen, so ein, fast schon Mitleid, aber so ein, ja, ich weiß auch nicht. Aber der Punkt ist, die sind einfach vollkommen lost, die Linksliberalen. Die Linksliberalen sind nicht zu verwechseln mit liberalen Linken, das wird sehr oft verwechseln. Liberale Linke sind nicht Linksliberale. Liberale Linke sind Leute, die sozusagen Links sind, sie sind gegen Kapitalismus, sie sind aber liberal in dem Sinne, dass sie nicht einen Führer haben wollen zu Stalin oder irgendeinen Scheiß. Ja? Was ist, sie sind dagegen. Also sie sind nicht autoritäre Linke, sondern sie sind liberale Linke. Sie sind dafür, dass es zum Beispiel, liberale Linke sind zum Beispiel Kommunisten, Anarchisten und so weiter und so fort. Und dann gibt es diese autoritären Linken, das sind so Stalinisten, Marxist-Leninisten, solche Sachen. Ja? Und deswegen liberale Linke, Linke, die für Freiheit sind. Linke, die für direkte Demokratie sind. Linke, die für selbstverwaltete und im eigenen Eigentum befindliche Betriebe. Ja, liberale Linke. Ich bin ein liberaler Linker. Ich bin ein liberaler Linker. Ich bin kein autoritärer Linker, ich bin ein liberaler Linker, ja? Ich bin für Demokratie, ich bin für Freiheit, ich bin für alle diese Sachen, ja? Ich bin gegen jegliche Diktaturen, gegen jeglichen Sonnenscheiß. Das sind liberale Linke. Aber dann gibt es linksliberale. Linksliberale sind liberale. Sie sind nicht linke. Sie sind liberale. Und zwar liberale in dem Sinn, nicht, dass sie für Freiheit sind. Das wird sehr falsch verstanden. Weil liberal geht es da um was anderes. Bei liberal in dem Fall geht es darum, dass du pro Kapitalismus bist. Es geht um den Liberalismus als Wirtschaftsform. Ja? Es geht um den Liberalismus als, es geht um den Markt, es geht um den freien Markt. Es geht darum, dass du für die freie Wirtschaft bist, dass du für den freien Markt bist, dass du für Eigentumsrechte bist, dass du für diesen ganzen Scheiß bist, ja? Das Links am Anfang von linksliberal steht dafür, dass du für Gleichberechtigung bist gleichzeitig. Du bist nicht für Gleichberechtigung in der Wirtschaft. Da möchtest du maximale Ungleichheit haben, ja, als Liberaler. Oder muss nicht sein. Es gibt eben, linksliberale wollen da so ein bisschen Verbesserungen. Ein Linksliberaler ist gesellschaftlich sehr sozial. Er sagt, Rechte für die LGBTQ-Community. Feminismus ist cool. Rassismus ist schlecht. Antifa ist gut. Gegen Faschismus sein ist eine gute Sache. Aber, wenn es dann auf die wirtschaftliche Seite geht, dann sind sie plötzlich pro Kapitalismus. Aber sie hätten gerne einen grünen Kapitalismus. Genau, aber bitte mindestens nicht über 11 Euro, weil das ist nicht Realpolitik, das ist nicht realistisch. Ja? Ja, so, die, die, Kapitalismus ist eigentlich cool und wir können, wenn wir aufpassen, so, wie wir uns benehmen, was wir konsumieren und dies, das, jenes, können wir einfach Dinge besser machen und man kann ja Dinge besser machen mit Konsum, das stimmt ja, das stimmt ja. Aber sie wollen nicht den Kapitalismus überwinden, sondern sie wollen den Kapitalismus behalten und sagen, der Kapitalismus wird das schon alles regeln, was hier falsch läuft. Ja? Aber sozial sind die Kapitalismus wird das schon alles regeln, aber soziale Kapitalisten, könnte man sie auch nennen, ja. Kinderbetreuung und freie Märkte, voll. Sie sind sozusagen, ja, soziale Kapitalisten. Sozialkapitalisten, das ist, was sie sind. Und, ja, das gibt es in verschiedenen Ausformungen. Da gibt es, da gibt es Sozialkapitalisten wie die Grünen zum Beispiel, die zwar pro Kapitalismus sind, aber sie sagen, ja, ein bisschen ein höherer Mindestlohn wäre schon gut. Und ein bisschen mehr Hartz IV, na gut, das muss nicht sein. Und so weiter und so fort. Aber da gibt es wiederum die FDP, die sind in diesen Wirtschaftsfragen so, dass sie sagen, nein, auf keinen Fall ein höherer Mindestlohn, nein, mehr Subventionen für Konzerne. Das heißt, in dieser liberalen Sparte kannst du extrem gehen pro Kapitalismus oder ein bisschen weniger. Also du kannst so einen sozialeren Kapitalismus haben, wo so Mindestlohn ein bisschen höher ist, wo dies, das, aber ist nichtsdestotrotz Kapitalismus. Oder du gehst in diese Richtung eben, wo du sagst, nein, vollkommen entfesselter Kapitalismus, fick dich, was für fucking Sozialhüter bist du normal. Ja, aber trotzdem sind sie beide, und dort passen die Grünen und die FDP sehr gut zusammen, sie sind beide für LGBTQ Rights, sie sind beide, auf der sozialen Seite sind sie beide natürlich, ja, links. Könnte man sagen. Also sie sind irgendwie so, ja, ein Linksliberaler ist nicht für gleiche Rechte, sondern für Ergebnisgleichheit, das muss nicht stimmen. Das hängt davon ab, nicht jeder Linksliberale ist da. Ich glaube, gerade Linksliberale sind nicht für ihre Ergebnisgleichheit. Es gibt nur eine einzige Art von Menschen, die sind für ihre Ergebnisgleichheit, und die kenne ich nicht, das ist ein Strohmann von den Rechten. Es gibt keine echten Linken in irgendeiner Form, die für Ergebnisgleichheit sind, so etwas existiert nicht. Du findest keinen Linken, der für Ergebnisgleichheit ist, ja. Es geht immer um Equality of Opportunity und nicht um Equality of Outcome, ja. Das ist ein, das ist ein, finde mir einen Linken, der für Ergebnisgleichheit ist, bitte. Zeig ihn mir, ich kenne den nicht. Niemand setzt sich dafür ein. Ergebnisgleichheit ist lost, absolut, ich bin auch nicht dafür. Ich kenne keinen Linken, der sich dafür einsetzt. Gibt es hier jemanden von euch, der daran glaubt, im Chat? Ich kann mal im Chat fragen, vielleicht gibt es eine Person, die dafür ist, die sagt, die Ergebnisgleichheit ist cool. Ein Arzt sollte so viel verdienen wie, keine Ahnung, eine Putzfrau. Ergebnisgleichheit ist, dass du einfach die ganze Zeit, dass alle gleich viel haben. Noch nie davon gehört, ja, das ist so ein Talking Point von Rechten, so Jordan Peterson erzählt das sehr oft, aber der Punkt ist, es gibt keine echten Linken, die das machen. Ja, was wir wollen ist Equality of Opportunity, also wir wollen, dass du die gleichen Chancen hast. Dass du die gleichen Chancen hast, was du dann daraus machst, ist einfach deine Sache. Aber du sollst die gleichen Chancen haben, ja. Das ist, wofür wir sind. Und die meisten sind dafür, auch die Linksliberalen sind, denke ich mal, dafür und alle anderen auch. Aber ja, so, ja. Was ist das hier für ein Troll, Alter? Hinfort. Man muss wissen, Erwin alleine entscheidet, wer ein echter und wer ein unechter Linker ist. Oh, du bist ganz bestimmt so einer von den Linksliberalen, oder? Weil ihr mögt es nicht, dass man sich einfach anmaßt, Dinge zu definieren, weil da schaut es ja schlecht aus. Aber der Punkt ist, Linksliberale sind ein fucking pain in the ass. Linksliberale sind so ziemlich die, wofür man alle möglichen Linken, wofür man die Linken verurteilt. Ja? Das heißt, wenn du fragst, warum so bei den Rechten, wenn sie dir Linke erklären, wenn du sie fragst, was mögt ihr an Linken nicht? Und dann erklären sie dir, was sie an Linken nicht mögen, dann sagst du so, das sind Linksliberale, sorry. Das, was du da beschreibst, das sind Linksliberale, nicht Linke. Das ist so, äh, linksgrün versifft, nein, 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 halt, 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 nein, nein, nein. Ich bin nicht linksgrün versifft, ich bin linksrot versifft. Warte, warte, das ist ein Riesenunterschied. Das müssen die Rechten mal lernen, dass es da einen Riesenunterschied gibt, ja. Hey, das muss man nicht löschen, ich bin schon ein Alpha, das stimmt schon. Der Punkt ist, ähm, versteht ihr, was ich meine? Grün links oder rot links, ja, genau so. Obwohl die Grünen eben, wie sehr sie links sind, haben sie ja jetzt bewiesen in ihrer, in ihrer Amtszeit, die sie jetzt letztens angetreten haben, da haben sie ganz gut gezeigt. Da haben sie ganz, ganz gut gezeigt, wie sie drauf sind, ja, wer sie sind. Äh, die Grünen, keine Ahnung, äh, tun lauter Dinge, wo sie vorher im Wahlkampf gesagt haben, dass sie was anderes tun würden. Sie haben ziemlich viel bei Linken gefischt und die Linken haben es ihnen abgekauft, obwohl man die Linken gewarnt hat damals und gesagt hat, hallo, das sind die Grünen. Weißt du nicht, wer die Grünen sind? Weißt du nicht, wie die Grünen drauf sind? Und dann haben sie gesagt, nein, die Grünen haben sich geändert, sie verstehen das mit dem Klimawandel. Und dann habe ich die ganze Zeit gesagt, ja, aber schau mal, die Partei, die Linke, ist viel mehr gegen Klimawandel als die Grünen. Wenn es um Klimawandel geht, ich verstehe nicht. Ach was, nein, die Grünen werden das machen, Baerbock, cool, Baerbock, äh, eine Frau an der Spitze. Ja, das hast du bei den Linken aus, da hast du zwei Frauen an der Spitze. Warum wählst du nicht die Linken? Ah, nein, die Grünen haben mehr Chance. Naja, aber die Linken haben keine Chance, weil eben Leute wie du sie nicht wählen. Ah, nein, ich wähle die Grünen, du wirst sehen, die Grünen sind cool. Kommen die Grünen dran, oh mein Gott, was machen die Grünen? Ja, was habe ich dir gesagt? Natürlich machen die Grünen, was die Grünen machen, das sind die fucking Grünen. Das ist so, ich kann nicht mehr, was ich dazu sagen soll, Mann. Das sind die Grünen, Bro. Ja, taktisch wählen, genau. Und diese Leute jetzt so, also ich habe jetzt nichts gegen Leute, verstehst du mich hier nicht falsch? Ich habe jetzt nichts gegen Leute, die die Grünen gewählt haben. Wenn ihr die Grünen gewählt habt, das tut mir leid für euch, es tut mir leid für euch. Aber, 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 aber ich habe nichts gegen Leute oder so, ich möchte nur aufklären. Ja, die Grünen als Partei sind einfach fucking lost in Deutschland. Aber, aber, ja, wenn ihr sie gewählt habt, habt ihr sie halt gewählt, was soll ich machen? Ja. Linke sind Blutsauger, mehr nicht. Naja, denkst du? Okay. Ähm, muss man schon begründen. Das klingt sehr radikal. Linke, grüne, wederinnen sind der Rost am Schwert des Sozialismus. Puh, das klingt sehr, sehr, sehr... Puh, okay. Wagenknecht ist ein Vampir. Sagst du wegen dem Blut. Na gut. Der Punkt ist, linksliberale sind vollkommen lost. Also so, Cancel Culture, grüne Alter. Cancel Culture, linksliberale. Wenn du dich fragst, woher kommt Cancel Culture, wieso gibt es Cancel Culture? Linksliberale. Ja. Kommt nicht von uns. Linken. Wir Linken reden eh die ganze Zeit. Ja. Bei uns kommt das ja nicht so. Bei den Linksliberalen ist es einfach so, nein, mit dem redet man nicht, dem muss man canceln. Nein, hast du gehört, was der gesagt hat? Dann diese ganze Beschäftigung mit, was darf man sagen, was darf man nicht sagen. Hauptsächlich linksliberales Gehabe. Bei uns Linken ist das einfach irgendwie selbstverständlich, dass du nicht diskriminierend gegenüber Menschen bist. Aber bei uns ist einfach Kapitalismus viel mehr im Vordergrund. Wir reden fast nur über Kapitalismus. Wir reden eigentlich nicht über diese Sachen. Auch diese ganzen, sage ich mal, Identitätspolitik-Sachen. Ja, diese ganzen Identitätspolitik-Sachen kommen auch von den Linksliberalen. Das kommt nicht von uns Linken. Ja, wir kümmern uns eigentlich mehr um Kapitalismus. Wir haben auch einen Bereich der Identitätspolitik, aber die sehen wir intersektionell zum Kapitalismus. Aber in erster Linie sind wir kapitalismusorientiert. Also in erster Linie beschäftigen wir uns mit dem Kapitalismus, mit dem Klassismus und dann erst in zweiter Linie eigentlich beschäftigen wir uns. Oder beziehungsweise nicht in zweiter Linie, so kann man das nicht ordnen und Dings. Sondern wir denken sozusagen die Identität oder beziehungsweise die Benachteiligung in anderen Bereichen mit intersektionell. Das heißt, dass wir verstehen zum Beispiel, dass eine Frau, die vom Kapitalismus ausgebeutet wird und die vielleicht schwarz ist, dass sie noch zusätzlich wahrscheinlich Rassismus erfährt und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass, es ist bei uns parallel eigentlich, ja, es ist nicht so Dings, bei den Neoliberalen wollte ich schon sagen, Linksliberalen, ist es einfach so, die haben da Identitätspolitik und die Kapitalismuskritik wegen diesem Liberal in ihrem Namen, die gibt es nicht. Ja, die gibt es nicht. Ja, Klasse und Identität ist gekoppelt. Ja, ja, genau so, wir sehen beides, ja. Schau, ich gebe dir ein kurzes Timeout, okay, bis ich fertig geredet habe, dann können wir uns darüber unterhalten. Ich nehme dir, ich nehme ja Zeit für dich dann, aber lass mich kurz fertig reden und dann reden wir darüber. Ja, das heißt, progressiver Neoliberalismus, das sind eher die, die progressiver Neoliberalismus ist eher die FDP, ist progressiver Neoliberalismus. Und ich habe heute gepostet auf Twitter, habe ich gesagt, Linksliberale sind, warte, wie habe ich das gesagt? Ich muss es jetzt sagen, ich habe heute einige Sachen über Linksliberale auf Twitter gepostet. Linksliberale sind FDPler mit Helfersyndrom. Habe ich zum Beispiel heute gepostet auf Twitter. Linksliberale sind FDPler mit Helfersyndrom. Was meine ich damit? Ich meine, dass du eigentlich ein FDPler bist in dem Sinne, dass du mit denen gemeinsame kapitalistische Sachen machst. Kapitalismus ist menschlich Mantlitz, ja, genau. Du bist einfach praktisch so, du denkst dir einfach so, man muss den armen Menschen helfen, aber Kapitalismus ist cool. Ja, das ist einfach ein bisschen so eine Sache. Dann habe ich heute gepostet, bei Linksliberalen bedeutet Recherche, ich schaue mal an, mit wem er so alles Kontakt hatte. Weil sie glauben, dass Kontaktschuld ein valides Argument ist. Ja, das heißt, Kontaktschuld, dieses einfach so, hast du gesehen, was er geliked hat? Hast du gesehen, mit wem er abhängt? Hast du gesehen, einfach, nimm, 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 nimm. Das ist auch linksliberal, das ist nicht bei uns Linken normalerweise nicht so. Ja, wir gehen eher dorthin und sagen einfach, hast, warum hängst du mit so einem ab, was ist denn? Sie reden mal kurz mit mir, ja. Wir gehen nicht einfach los und schießen uns gegenseitig zu, so hinter unserem Rücken, sondern wir gehen einfach hin und sagen, hast, warum redest du so, was ist mit dir? Wieso hast du Kontakt mit dem? Und da redet man halt nochmal miteinander und das ist aber auch eine okaye Sache, dass man darüber redet. Dann habe ich auch gepostet, Danning Krüger war ein Linksliberaler. Das wurde leider von viel zu wenigen Menschen verstanden, weil sie nicht verstanden haben, glaube ich, was ich damit meine. Und damit meine ich, dass Danning Krüger bei Linksliberalen so fucking weit verbreitet ist. Linksliberale sind eben das, was die Sarah Wagenknecht die Selbstgerechten genannt hat. Diese Leute sind fest davon überzeugt, dass sie alles wissen, alles kennen, dass sie die Lösung für alles wissen, dass sie einfach wissen, was richtig ist, was falsch ist, welches Wort darf man nicht sagen, welches nicht, welche Quellen glaubt man, welche Quellen glaubt man nicht, wer ist der Gute, wer ist der Böse in der Weltpolitik, bla 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 bla. Und das ist für mich einfach Danning Krüger. Das ist einfach, du hast einfach so Positionen übernommen, du hast einfach sozusagen Positionen übernommen, die du jetzt einfach nachplapperst und du hast absolut keine fucking Ahnung, warum du sagst, was du sagst. Danning und Krüger sind zwei verschiedene Personen, ich weiß, ich weiß, das war ja der Witz. Danning Krüger war ein Linksliberaler, das ist ja der Witz daran. Weil über Danning Krüger zu reden als eine Person ist auch so ein unterschwelliges Ding, das ist schon Danning Krüger, weil du glaubst, du weißt was über Danning Krüger, aber verwendest Danning Krüger falsch, als wäre das eine Person. Das war der Witz im Witz, aber ist scheißegal. Ich sage ja niemand anderes verstanden, das ist viel zu kompliziert. Egal. Egal. Und der Punkt ist, und der Punkt ist, wir haben hier ein Problem mit Linksliberalen. Wir haben hier ein Problem mit Linksliberalen, dass es sich die Balken biegen. Dann habe ich zum Beispiel geschrieben, Linksliberale wollen Ken Jebsen canceln, das war heute auf Twitter, verstehen aber nicht, wie canceln funktioniert, nämlich, dass du nur Leute aus deiner Gruppe canceln kannst und nicht irgendwelche Leute, die nicht zu deiner Gruppe gehören. Also empören sie sich so lange auf Twitter, bis sein Name trendet. Das nenne ich Medienkompetenz. Großartig einfach, wie ihr das macht. Linksliberale sind einfach ein fucking pain in the ass, vor allem einfach für uns, weil diese Linksliberalen einfach ein sehr schlechtes Licht auf uns Linke werfen und wir permanent einfach damit konfrontiert werden, so mit diesen Dingen. Wir werden da permanent konfrontiert mit diesen Dingen, von Rechten auch oder von Menschen aus der Mitte, die einfach sagen, warum seid ihr Linken so fucking lost? Und wir sagen dann die ganze Zeit, Bro, wir denken doch gar nicht so, das sind Linksliberale. Was, ihr seid doch alle? Linksgrünversicht. Ja? So, und hier gibt es zum Beispiel auch ein Beispiel, das möchte ich euch nur zeigen kurz. Hier. Katapultmagazin, ganz besonders mit den Linksliberalen ist das jetzt auch im Krieg aufgefallen, jetzt im Ukraine-Krieg. Hier steht, die Selensky-Figuren eines Künstlers aus Chicago waren innerhalb weniger Stunden ausverkauft. Nachschub. Soll es nicht geben. Joe Trapia, Inhaber des Spielzugunternehmens Citizen Brick, beeindruckt die Lego-Figur in Selensky-Design. Ja? Verkauf von Selensky-Lego-Figur bringt mehr als 145.000 Dollar für humanitäre Hilfe. Das ist einfach Linksliberalismus in der Nutshell. Das heißt, du verkaufst dein Produkt, du arbeitest im Sinne des Kapitalismus, du machst Profit aus diesen ganzen Sachen und dann sagst du, aber das ist alles zu einem guten Zweck. Das ist alles wegen einem guten Zweck. Ja? Wird das Katapultmagazin jetzt gecancelt? Nein. Es wird gefeiert. Es wird gefeiert. Ja? Hier wird noch weiter gesagt, verkauft wurde das Spielzeug für 100 Dollar das Stück. 100 Dollar. Für ein Lego-Ding. Außerdem brachte der Künstler winzige Spielzeug-Molotow-Cocktails auf den Markt. Okay? Die Erlöse aus dem Verkauf werden an die Wohltätigkeitsorganisation Direct Relief gespendet. Das ist, das ist, das ist peak, das ist peak linksliberal, Alter. Das ist peak linksliberal. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. So, und dann hast du natürlich solche Antworten in den Kommentaren, wie zum Beispiel, ist etwas weird. Ich sehe darin keine Kriegspropaganda, weil ich habe gesagt, das ist Kriegspropaganda, und ich habe gesagt, Kriegspropaganda und Kapitalismus, zwei Freunde fürs Leben. Ja? Habe ich das so kommentiert. Ja? Das habe ich, das habe ich, so gemacht, ja? Und Antwort ist, ist etwas weird. Ich sehe darin aber keine Kriegspropaganda und die Erlöse werden ja gespendet. Also auch kein Kapitalismus. Ja gut, okay. Also wenn du, Kriegspropaganda in den Molotow-Cocktails, die sozusagen, Molotow-Cocktails, die hergestellt werden von Lego, wenn du da keine Kriegspropaganda siehst und dass man einfach Selinsky als den Präsidenten von Ukraine, die involviert im Krieg sind, wenn du das nicht als Kriegspropaganda siehst, dass man eine Actionfigur aus ihm macht oder eine Lego-Figur aus ihm macht, dann sorry, dass du das nicht als Propaganda siehst. Okay, nennen wir es PA. Und die Erlöse werden gespendet, also kein Kapitalismus, doch Kapitalismus, weil die Menschen, die das gebaut haben, wurden sicher nicht fair bezahlt, weil Kapitalismus besteht nicht darin, ob du die Erlöse spendest. Und die Erlöse wurde ja gespendet, aber in Wirklichkeit ist das eine Publicity-Aktion für die Firma. Lego steht jetzt gut da bei Linksliberalen. Linksliberale sagen, boah, Lego ist so cool und Links, ja, Lego ist ein kapitalistisches Unternehmen, ja, ist einfach so. Das ist, das ist, das ist, das ist einfach, ja, das ist einfach so. Genau, und dann kommt der Nächste und du siehst das und du siehst das einfach, du siehst das einfach, da kommt der Nächste und da siehst du das einfach so, dass er schon ein grünes Herz da oben hat, in seinem Namen. Das grüne Herz steht für, er wählt die Grünen, nehme ich an. Und er sagt, also Geld zu sammeln für humanitäre Hilfe ist kapitalistisch und Kriegspropaganda, naja, dann lassen wir die Menschen dort halt einfach verhungern und helfen nicht. Und Erwin, er nennt sich wirklich Links. Meine einzige Antwort an ihn war, du wählst die Grünen. Du wählst die Grünen. So was, über was reden wir? Du wählst die Grünen. Weil ich glaube, weil ich glaube, der Punkt ist einfach so, die sehen das nicht. Ich glaube nicht, dass diese Leute so, aber verstehst du so, mit was für einer Einstellung, mit was für einer Einstellung man reinkommt. Nämlich so, also Geld zu sammeln für humanitäre Hilfe ist kapitalistisch und Kriegspropaganda. Naja, dann lassen wir die Menschen dort halt einfach verhungern und helfen nicht. Und Erwin nennt sich wirklich Links. So von oben herab einfach. Dieses von oben herab einfach. Ich verstehe das einfach nicht. Und dieses Denken, man wüsste schon alles. Man wüsste schon alles. Und dann mir einfach so schicken, wenn ich einfach sage, es gibt da draußen, es gibt da draußen Probleme mit den Medien, weil die Medien eher Krieg unterstützen jetzt. Und dass die Medien hetzerisch für Krieg sind. Ja? Und dann sagt man mir, das ist russische Propaganda. Dann sage ich, was ist russische Propaganda? Naja, dass die Medien hier nicht objektiv berichten. Warte mal, Also Moment mal, okay, du bist in Deutschland, in einem NATO-Land und du glaubst, deine Medien berichten korrekt über Russland während deinem Krieg. Wow, okay. Okay. Das ist natürlich, das kann man denken. Das ist für mich so ein bisschen wieder linksliberale Naivität. Ja. Das ist einfach so, das ist einfach so, das ist einfach so, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Und damit hast du es jeden Tag zu tun. Und diese Leute, die einfach da draußen herumhängen und die ganze Zeit so Tweets von mir nehmen und dann regen sie sich mit ihren Freunden darüber auf so. Habt ihr gesehen, was er darüber geschrieben hat? Und dann kommen sie alle so hin, so Ich denke mir, ich denke mir, das ist einfach so, das ist einfach so lustig, das ist einfach so lustig. Und dann gibt es einfach diese Medien, denen sie glauben, blind, und dann glauben sie, so Dings, Lügenpresse ist real. Nein, es geht nicht um Lügenpresse, es geht nicht um Lügenpresse, sondern es geht einfach darum, kritisch gegenüber Medien zu sein und das sind sie halt nicht. Weil wenn du mir einfach so, siehst du, siehst du, Xeoländer, wenn du nicht linksliberal bist, heiße ich Josef. Im Umkehrschluss berichten also die russischen Medien korrekt, finde den Fehler. Bei allem, was ich gesagt habe, ist das die echte Reaktion auf so etwas. Ich schwöre, wenn du nicht linksliberal bist, Alter, das gibt es nicht. Ja, ich möchte ja wie eine Lego-Figur, du verdienst eine, glaub mir. Im Umkehrschluss berichten die also die russischen Medien korrekt. Was hat das damit zu tun? Natürlich sind die russischen Medien nicht korrekt, natürlich lügen russische Medien. Was ist das für ein, was findet den Fehler? Der Fehler ist, dass du überhaupt das als Antwort gibst. Und das ist der Punkt. Jetzt während dem Krieg, ich wandere durch Twitter und ich sehe, Leute können keine Argumente bringen, sondern sie bringen einfach solche Aussagen so. Also ist Russland cool? Nein, Russland ist nicht cool. Aha. Also du denkst, wir sollten alle Putin unterstützen. Nein, das denke ich auch nicht. Also sollen wir alle kapitulieren vor einem Diktator? Nein, ich denke, Zivilistenleben sollten geschützt sein. Nein, man muss sterben für die Freiheit. So, was redest du? Warum redest du eigentlich noch? Warum redest du eigentlich noch? Was redest du? Hörst du dir selbst zu? Nein, tust du nicht. Du kannst ja selber nicht zuhören. Das hat doch nichts mit dem zu tun, worüber wir gerade reden. Wieso merkst du nicht, dass du einfach ein Ding hier verbreitest, was einfach nichts mit der Unterhaltung zu tun hat? Und dann habe ich heute einen Tweet zugeschickt bekommen, nämlich den hier. Schau dir mal das an. Das ist so ein, das ist so ein, mega, das ist so ein mega, ja. In Anführungszeichen, wenn Russland das Völkerrecht bricht, findest du das schlimm, aber wenn die USA das Völkerrecht brechen, ist es okay oder was? Das hat irgendwer gesagt, jetzt antwortet er darauf, ja, die USA sind eine Demokratie und Russland ist eine Diktatur. Demokratien müssen sich ausbreiten und Diktaturen müssen bekämpft werden. Also, laut seiner Aussage hier, der hat scheinbar den Satz nicht mal gelesen, was so oben steht, seine Aussage ist einfach, da die USA eine Demokratie ist, darf sie Völkerrecht brechen. Ah, das tut so weh, das tut so weh, das tut so fucking weh, ah, das tut so fucking weh, ah, okay. Vor allem, dass du einfach draußen herumläufst und du glaubst, dass die USA eine beispielhafte Demokratie ist. Bro, weißt du, bei den Wahlen in Amerika, weißt du, nein, weißt du nicht, aber ich sag's dir, weißt du, wie in den USA schwarze Menschen benachteiligt und systematisch ausgeschlossen werden von Wahlen, systematisch ausgeschlossen werden von Wahlen. In den USA hast du zwei Parteien, beide werden von den gleichen Kapitalisten bezahlt und finanziert. Egal, wer von denen ins Amt kommt, sie fahren praktisch die gleiche neoliberale Schiene. Die einen sind natürlich konservativer, die anderen sind eher liberaler, aber, pfff, um was geht's? So, ja, ja, so, sehr viele Videos wurden dazu gemacht, wo das Problem mit der Demokratie in den USA ist. Es ist eine Demokratie, aber es ist einfach so ein, äh, Dings, ja, und dann einfach so, ja, und dann dieses ganze Abfeiern von Zelensky, Abfeiern von, Bomben von NATO von, da gibt es ja auch Leute, die einfach, äh, sagen einfach so, wir sollten durchaus überlegen, so glauben sie, dass wir Atomwaffen einsetzen gegen Putin, weil, alles darf man sich ja auch nicht erlauben. Nein. Oh, das tut so weh, einfach diese Leute zu lesen und sich einfach zu denken. Leute werden sich denken, dass das, Linke sind. Leute werden rausgehen, werden sich die anschauen und sagen, das ist ein Linker. Genau aus dem gleichen Grund laufen draußen die ganzen Rechten und sagen, was hat die ja für ein Problem, die ganzen öffentlich-rechtlichen Medien und diese ganzen Leute, die sind alle, die sind alle, links. Diese ganzen öffentlich-rechtlichen und so, das sind alles Linke. Ja, das glauben Rechte und das sagen Rechte die ganze Zeit. Liebe Rechte, nein, die sind links-liberal. Die sind nicht links. Die sind links-liberal. Die sind links-liberal. Weißt du? Oh Gott. Vor allem einfach so zu denken, vor allem so zu denken, dass die, wie heißen sie, die USA da draußen herumläuft, dass die USA draußen herumläuft und Demokratie überall hinbringt, indem sie Putsches organisiert, indem sie einfach Leute so, indem sie einfach so, ja genau so, die USA hat noch nie Diktatoren eingesetzt, für ihre Zwecke, das waren immer schon etwas, das ist egoistische Demokraten, ja, ja, genau, genau, alles irgendwie so, weißt du, so, die USA feiern, ist einfach so fucking lost. Oh Gott. Und diese links-liberalen, erkennt ihr auch zum Beispiel daran, dass sie die ganze Zeit herumlaufen und so eine NATO-Flagge in ihrem Namen haben oder so eine EU-Flagge oder so, keine Ahnung, und die sind einfach so, die sind einfach so naiv in meinen Augen. Links-liberale sind einfach so unglaublich naiv. Ja. Die verstehen nicht einfach so, die verstehen halt nicht so, wie Weltpolitik funktioniert, sie verstehen nicht, was Kapitalismus ist, sie verstehen nicht, was Ausbeutung ist, sie verstehen nicht, wie alles funktioniert auf dieser Welt, so politisch, gesellschaftlich und so weiter, das checken sie alles nicht. Womit sie sich gut auskennen, ist halt so Identitätspolitik und so, und dort kennen sie sich auch nur so aus, dass sie einfach das wiederholen, was sie gehört haben. Und das ist okay. Es ist einfach in Ordnung. Bitte kein Beschimpfen von irgendwelchen Streamern hier. Ich würde euch sehr bitten. Dankeschön. Auch keine Kanäle anderer Streamer beschimpfen, bitte nicht. Danke. Das finde ich nicht fair. Wenn du etwas Leuten sagen willst, geh zu ihnen. Was wolltest du sagen? Ja, und die wissen es nicht, und das Problem bei Linksliberalen, von denen ich rede, von diesen, wie Sarah Wagenknecht sie nennt, die Selbstgerechten, ja, ich finde der Name passt perfekt, die Selbstgerechten, sie sind die Selbstgerechten, weil sie glauben, sie wissen alles und das ist ihr Problem. Ja, ihr Problem ist, ihr Problem ist, sie glauben, sie wissen alles. Sie leiden wirklich an diesem Dunning-Krüger-Dings, wie ich das meine, so, sie glauben, sie wissen alles und lassen überhaupt nicht mehr mit sich reden. Wenn du dem nicht entsprichst, was sie denken, wollen sie dich sofort die Plattformen canceln, fertig machen, ausschließen. So, hallo, warte mal, wir können ja reden. Nein, man darf dir keine Plattform bieten. Okay, Junge, wenn man mir keine Plattform bieten darf, wieso postest du jeden Tag zehn Sachen auf Twitter über mich? Alter, einfach, okay, ist in Ordnung. Ja, man muss jeder neuen Generation leider auch erklären, wie die Welt funktioniert. Ja, und wenn sie aber so drauf sind, dass sie glauben, dass einfach, dass einfach, wenn sie so drauf sind, dass sie einfach glauben, dass das, wie sie die Welt sehen, dass sie schon alles wissen, dass sie so fest davon überzeugt sind, dass sie alles wissen, dann kannst du mit diesen Leuten nicht reden. Ja, Servus, ja, das ist einfach so, ja, und das wäre, das wäre einfach, ja, das macht für Rechte keinen Unterschied, weil sie bei dem Punkt, wo man die Unterschiede am meisten merkt, nämlich der Ökonomie auf einer Länge mit den Grünen und FDP sind, also Rechte sind ja blind für Kapitalismus. Ja, weil ja alle in der Nation aufgehen sollen und das sei die soziale Rolle in der Gesellschaft egal, solange es Deutschland gut geht. Demnach sind sie für den am einfachsten zu bemerken, den Unterschied blind. Absolut. Ja, die sind blind für Kapitalismus und deswegen können sie uns nicht unterscheiden von den Linksliberalen. Deswegen mache ich hier diese Aufklärungsarbeit und versuche zu erklären, wer die Linksliberalen sind. Wenn du draußen bist auf Twitter und du siehst einfach irgendwen, der irgendeinen Bullshit redet, die Wahrscheinlichkeit, dass das ein Linksliberaler ist, also ein prokapitalistischer sozialer Mensch, die Wahrscheinlichkeit, dass das der ist und nicht ein Linker ist sehr, sehr groß. Sehr, sehr groß. Weil Linke reden normalerweise ziemlich Besen-Shit. Ihr seid ja hier auf diesem Kanal, also ihr Rechten, die ihr hier seid, ihr wisst ja, hier wird Besen-Shit geredet. Ja, so ist es nicht. Ist ja nicht so, als würden wir Linken nicht verstehen, wie die Welt funktioniert. Ja, bei den, bei den, deren Gesellschaftspolitik ist nun mal sehr kompatibel mit Kapitalismus. Absolut. Das ist auch zum Beispiel, warum die Rechten die ganze Zeit über uns sagen, Konzerne sind links. Weil Konzerne interessieren sich für LGBTQ, Konzerne interessieren sich für irgendwelche, Feminismus, irgendwas da. Die feiern die Konzerne, deswegen sind die Konzerne links. Und wir Linken stehen einfach da und sagen, holy shit, hallo, wir Linken sind gegen Konzerne. Wenn es nach uns Linken geht, gibt es nie wieder einen Konzern. Ja, es gibt nie wieder einen Konzern, wenn es nach Linken geht. Du kannst nicht sagen, Konzerne sind links. Jeder Linke steht da und sagt, oh Gott, wie ungebildet bist du. Das ist einfach so, das kannst du nicht machen. Ja, als Rechter verlierst du da Respekt, weil dann steht der Linke da und denkst, ja, holy shit, come on, bilde dich, was ist los mit dir. Das ist einfach der Punkt. Doch, doch, es ist hier schon anders. Wenn man Keywords postet, die verpönt sind, gibt es Reaktionen, aber für einen echten Diskurs reicht es scheinbar nicht. Willst du jetzt in den Discord kommen und mit mir reden? Willst du jetzt in den Discord kommen und mit mir reden? Hast du Lust? Ich biete dir einen Diskurs an. Sag mir nur, worüber du reden willst. Cool, sag mir nur, worüber du reden willst, was deine Position ist und worüber du reden willst. Du kannst mir auch wispern, du musst es hier nicht öffentlich schreiben. Du kannst mir auch schreiben, was dein Thema ist, über was du sprechen willst und welche Position du politisch hast und wir können das gerne machen. Ja. Sehr gerne. Der Punkt ist, ja, und wir Linke müssen verstehen, dass diese Linksliberalen uns auch schaden und dass diese Linksliberalen, wie soll ich sagen, dass man dieses linksliberalen Habitus, Leute zu canceln oder irgendwie da so ihre Positionen zu übernehmen, das dürfen wir nicht machen. Wir dürfen auf keinen Fall diesen Weg gehen. Wir dürfen auf keinen Fall die Methoden der Linksliberalen übernehmen und wir dürfen auf keinen Fall die Sprache der Linksliberalen übernehmen. Wir dürfen, wir müssen uns so weit wie möglich von ihnen distanzieren, actually. So, weil wir Linken dürfen eben nicht selbstgerecht sein. Wir Linken dürfen eben nicht so sein, dass wir einfach sagen, du bist ein Rechter, mit dir rede ich nicht. Das dürfen wir nicht machen. Ja, wir müssen mit Leuten reden. Wir wollen ja Leuten etwas weibringen. Wir wollen ja mit Leuten, wir wollen ja Leuten auf Augenhöhe begegnen und mit ihnen uns austauschen. Ja. Adorno hat das einmal schön bezeichnet mit Halbbildung. Wir sind, wir alle sind halb gebildete Personen, die meist in unseren eigenen Disziplinen vorgebildet sind, aber generell nicht über all Wissen verfügen. Leben stimme ich zu und bleib humbled. Absolut. Adorno hat das richtig gesagt. Das stimmt. Der Punkt ist, ich bin auch halb gebildet. Wir sind alle halb gebildet. Kein Problem. Das sind wir alle. Wir alle sind keine Allwissenden. Niemand von uns ist Richard David Precht, möchte ich damit sagen. Der Punkt ist, die Frage, wie offen bist du für Diskurs? Wie offen bist du für Diskurs und wie sehr vorverurteilst du Menschen und schattest sie ab? Ja? Das ist die große Frage. Wie sehr schattest du Menschen ab und wie sehr redest du mit Menschen? Wie sehr bist du bereit, dich weiterzubilden? Weil schau mal, ich war ja zum Beispiel auch auf diesem, ich war nie linksliberal, aber ich war auf dieser Art der Linksliberalen am Anfang meines Kanals unterwegs. Ich war auf dieser linksliberalen Schiene unterwegs, habe mich auch so verhalten, wie sie. Ich war immer links, das wisst ihr ja. Ich war immer gegen Kapitalismus, ich war, ich war immer sozusagen echt links, so kann man das ja nicht sagen, aber ja. Und habe aber diese Dings angewendet, dass ich einfach gesagt habe, so, dass ich geglaubt habe, wenn ich mit deinem Rechten ins Gespräch gehe, dass wenn ich zu ihm sage, du bist ein Rechter, dass das ein Argument ist. Ich habe das geglaubt. Ich habe geglaubt, das ist ein Argument, du bist ein Rechter. Linksliberale glauben, dass das ein Argument ist, das ist ein moralisches Urteil, das kein Argument ist. Es ist einfach nur eine Bezeichnung von jemandem. Was sehr witzig ist, immer wieder das zu erwähnen, du bist ein Rechter, weil dann kommen die Rechten und sagen, nein, also du siehst mich als rechts, ich bin ja nicht rechts. Und dann siehst du so, folgt AfD, like die AfD, so, ich bin nicht rechts. Okay, alles klar, da ist es lustig, aber man muss trotzdem verstehen, rechts ist kein Argument. So wie wenn man jemandem sagt, er ist linksliberal, ja, das ist auch kein Argument, natürlich. Zu sagen, du bist linksliberal, ist kein Argument. Ich rede aber jetzt gerade, was linksliberale sind, weil ich finde, linksliberale werden in unserer Gesellschaft viel zu leicht verwechselt mit Linken und ich versuche sie gerade zu definieren. Es ist kein Argument, es ist eine Definition, was ich hier veranstalte. Es ist kein Argument. Ich sage nur, wo das Problem mit linksliberalen ist, wo ich die Gefahr sehe bei linksliberalen, was sozusagen falsch läuft mit linksliberalen und ja, das habe ich jetzt erklärt. Das ist jetzt aber kein Argument, das ist jetzt nur eine Darstellung von Gegebenheiten, nicht mehr und nicht weniger. Ja, in einem Gespräch, wenn wir jetzt zwei miteinander diskutieren, dass ich zu dir sage, du bist linksliberal, das ist kein Argument, das ist kein Argument. Das ist kein Argument. Natürlich nicht. Ja. So, damit wir uns einfach nur verstehen. Mit deiner Lebenserfahrung ist ja das auch klar, dass Cancel nicht der Weg ist. Ja, genau. Und ich versuche diese Lebenserfahrung wie immer einfach an alle weiterzugeben. Ich versuche einfach den Leuten das weiterzugeben. Ja. Ja. Vielen Dank.